Vor 14 Jahren ist Voldemort ein ganzes Heer von Zauberern gefolgt. Die Anzeichen für die Rückkehr des Dunklen Lords sind unbestreitbar. Du hältst dich keine zwei Sekunden, wenn er in deinen Geist einfällt. Ich bin nicht schwach! Dann beweis es! Wenn Voldemort eine Armee aufstellt, dann muss ich eben kämpfen. Ich bin nicht schwach!